Hallo Leute und willkommen zu uns Let's Play Minecraft! Hallo! Mega Projekt! Ich wollte mich hier rein holen, aber sie hat mich gemacht. Okay, aber... Guck mal, ich kann mal... Ja, meine Schwester muss wieder mal aufhören. So, komm, wir gehen jetzt. Sleepy's! Sleepy's! Good night! Du liegst gar nicht im Bett! Good night! Ich weiß, sie reißt mein Bett jetzt ab. War so klar, also mein Bett musste abbrechen. Ich hab's nicht abgerissen! Jetzt können wir schlippen. Cool, Lampen! Super! Komm, wir gehen jetzt pennen. Guck mal! 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 Jetzt kannst du meinen geschmältigen Blut bewegen! Man, warum bist du im... Ich geh mal weiter im Schloss bauen. Hilfst du mir? Warum liegt hier eine Tür? Was hab ich jetzt gehört? Warum liegt hier eine Tür? Weißt du, ist das einfach mit Bugs verhornten? Wie ist das? Wie ist das? Das hat mich gerade im Moment. Hilfst du, bist du mit Schloss? Nein, nein, ich bin schon mit Schloss. Nein, lass mich bauen. Nein. Nein. Schwester kann so gut sein. Oh, ey. Bitte hilf mir. Das ist das letzte Play. Da sind hunderte Leute auf der Welt. Aus Pakistan. Überall. Ist das dein Ernst? Pakistan. Das ist Pakistan. Das ist gut. Du 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 du. Ey! Mann. Was willst du machen? Ich will ein Fenster machen. Oh. Ich beobachte. Oh falsch. Oh falsch. Okay, Musi baut am Schloss weiter. Ich baue. Ich baue die Stadt weiter raus. Mann wie beschissen sieht das denn aus. Warte. Sagen wir mal wenn es hoch geklappt ist. Ja. Das ist ein Fenster. Nein. Ich wollte eigentlich zwei Fenster machen. Dass das so viel vorne hängt. Mann. Nein. Das ist ein Klapptürfenster. Was? Ich habe eine Idee. Das sieht einfach so scheiße aus. Guck. Da ist nicht der Klapptür da. Trapdoor. So. So und zwar. Dann machen wir so. Oh ich habe wieder den Back. So warte lass mich. Lass mich bauen. Lass mich bauen. Lass mich bitte 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 bitte. So. Jetzt sitzen wir hier in der Trapdoor. Oh. Dobe Trapdoor. Es ist gerade weggegangen. Gehen wir mal auf die Seite. So. Wieso. 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 Die lässt sich nicht mehr bauen. Da kann man kaum. Zu uns eigentlich. Äh ich glaube ich weiß warum ich keine Baume. So. So. Oh. Ich habe hier so viel Mackie's neck. Doe wird verknut. ich mache ich mache noch mehr Lampen Musi baut dann die Burg weiter Easter Egg ich bock nicht Schwing Ok das sieht cool aus roter Teppich vom Schloss Aber zuerst mal muss dieses Schloss gebaut werden Tadaa Cool Da können wir hier noch so einen Zaum machen Mann das sieht so beschissen aus mit diesen vier Türen Ja dann mach es doch eine 4-2 wenn du willst Guck da kann man ja durch welche Tür man laufen will Das ist doch kein normales Schloss Doch genau wie beim N-O-R Bei einem Schloss macht man so Wie hier Ah Und nicht wie hier Dann mach einfach die Tür weg Und Mann Warum haben wir hier 2 Halbtüren Was Hier ist gar keine Tür Mann ich habe so einen Bug Ja Ja gut Ja Die haben so Probleme mit diesem Verschloss spiel Ja Ja Es geht überhaupt nicht voran Musi Bist du so aufgefallen Ich kümmere mich Ist ok Musi Du baust Du baust an der Mauer weiter Und ich beginne schon mal Boden zu machen Ok Was soll es denn für Boden sein Lana Komm mal zu mir Wo bist du Finde mich Ich bin außerhalb vom Schloss Stelle dir jetzt 3 an Guck nicht Die Tür Ach Entschuldigung ich muss kurz aufstehen Die Tür ist noch offen Obsidian Boden Nein Meine Schwester bin immer so toll Patschig und hat die Tür öffengelassen Mann In einem blöden Drehstuhl Warum Das ist professionell Ich bin gerade in meinen Tisch gefahren Welches Material willst du? Die 4 willst du als Boden Was fühlst du am coolsten finden? Wo ist ein Bug? Hier ist ein Block Kein Obsidian Aha Mann doch Also Obsidian Klingt Obsidian cool Ok Ok wir machen eine Obsidian Boden Dann beginne ich schon mal Und meine Schwester beginnt weiter mit der Außenumrandung Links Würdest du dich nicht so doof knüpfen Ha 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 Ma Ha 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 Meine Schwester ist die ganze Zeit im Stuhl Hock verkehrt da Hockt Ha 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 Nein 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 Ein blöder Stuhl Der lässt dich nämlich Einem runter fangen Ich geh mal irgendwo schlafen Yeah Geil Das sieht geil aus Ha 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 Ich hab nichts gesagt Mach nochmal Ja Mach nochmal den Anfang Ha 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 Wie bringst du überhaupt nichts in diese Folge? Es ist halt so, wenn man Schwestern hat. Ey! So, auf jeden Fall müssen wir jetzt weiter. Wo bin ich? Du musst mich finden! Leider, mach mal was richtiges. Sorry! Hände ich nur die Hand! Oh, sieht hässlich aus. Was sieht hässlich aus? Der Obsidiumboden? Nee, nicht. Nein, 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 nein. Sorry Leute, falls du mal Zeit kriegst. Aber ich bin ruhig. So, Lana tut jetzt gerade mit der Obsidium nachbauen. Mann, warum springt man bei uns? Keine ist das Schwert. Manni! Lach nicht so blöd! Machen wir mal! Im Teamwork geht das doch viel schneller. Oder? Alter, kann ich nicht gehen! Sie muss kurz das Spiel resetten. In der Zwischenzeit müssen wir schon mal weitermachen. Und Lana so viel in den iPod kurz leise stellen. Bis zum nächsten Mal heute. Wir haben ja eure Lange im Schab! Ja! 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 Nein! Ja! 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 Es gibt weitere Aushebungen, während wir nachkommen und Obsidian blöckig setzen und sie neben mir gerade am Briegelkisch wie ein Baby halt. Warum sprengt immer mein blöder Mönch? Ich muss kurz in die Option. Sakrile! Nein! Weißt du, sagst Nein, was ich Sakrile gesagt habe? Nee, ich habe meine Tastatur jetzt verkleinert. Ich wollte dich gerade in ein Obsidian-Haus einsperren. Oder sich abgeraden. Nein, dann kannst du bitte kurz ein iPod weiter machen. Neue Aufgabenverteilung. Lana macht Boden. Ich mache die Schlossleiter. Ey, wenn wir zu zweit waren, muss ich mir nicht passen. Okay. Nee. Ich stelle hier. Hier ist Burg. Dein Kopf ist grad in der Wand rumgelassen, so halb. Sorry, wenn es jetzt grad so viele Löcher hat. Ist doch kein Problem, irgendwann wieder Eheboden. Aber mein Mönzki springt immer. Siehst du? Ist doch egal. Sieht cool aus. Sneaky. Ey! Mann! Es ist doch dunkel hier. Mann! Du Bittling! Mann! Hey, wach ist es, die Mauer abzubauen. Ach, schön wie's Dreck. Und Leute, wir werden dann noch einen Kerker bauen. Und alle. Also im untersten Stock wird dann der Kerker sein. Dann kommt die Küche unseres Gekrempel. Dann kommt der Raum, wo die Bullen drin hocken. Äh, ich hab grad laut gesagt. Die Polizisten drin hocken. Sampel! Oh, ich hab' mir Fingerweh getraut. Mein Schwester guckt grad blöd herum. Ich hab' mir einen Part nicht mal ne Rundumschloss mit Obsidian zu machen. Sorry, wenn ich diesen ver... 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 Und auch... Wirst du meine Schwester kurze Spiel neu aktualisieren? E3? Oh, es schreibt sie schon wieder. Alter, gibt ich euch nicht genug, halte Nico. Mit welchem Gestein soll ich den Boden machen? Sie packt dann bei der Mondluft Auto aus. Das gebe ich jetzt nicht. Ich werde noch Jürgen Morgen... Vielleicht... Ähm... Lass das... Mit dem Rot... Oh Mann... Entschuldigung... Ja, ich hab den Apfel... Bist du manchmal Leute? Das ist doch kein Apfel! Tschau!